hallo hier ist der martin von money monkeys das die dax analyse für nun mittwoch den 29 11 2023 und ja unser bär der hat hier seinen kuchen verspeist wie es aussieht und nun machen sich die leute wahrscheinlich ein bisschen sorgen dass der bär daran sich erstickt oder wirkt oder wie auch immer denn so richtig fallen wollte gar nicht also wir haben gesagt dass er die 49 ja gegebenenfalls noch gleich am morgen bedienen kann die hat er noch gefehlt als erstes bewegungs ziel nach unten die haben wir bekommen aber mehr nicht so wirklich stehen geblieben wieder wie die letzten tage und dann hat es hinten raus noch mal ein bisschen hier mit den amerikanern noch mal nach oben gestoßen richtung richtung 16.000 dann ist er dort wieder stehen geblieben ja das nicht das was ich mir eine keilvorlösung hier vorgestellt habe und auch nicht das was der dax eigentlich bei einer keilauflösung in der regel anbietet da ist es schon deutlich träger also das normalerweise eigentlich an so einem punkt hier wo ich jetzt mit dem auszeiger bin von der von der horizontalen achse also von der zeitlichen achse her kommt in dem bereich dann schon das wäre hier dienstag mittag eigentlich schon am keil ziel an ja also keiler die lösen in der regel relativ direkt auf das tut nicht bis jetzt hier wieder auf keil ausbruchsniveau zurück ja dort hat er gebremst könnte also noch in der formations auflösung stecken und hier quasi nur ein pullback gemacht haben aber ob ich das jetzt handeln würde weiß ich nicht das gefällt mir jetzt nicht so besonders gerade mit der grünen tageskerze im nacken das sah gestern stand gestern schon nach einem schönen umkehrsignal aus das ist eine schöne vorlage gewesen um mal eine rote katze eine längere rote katze nach unten zu stellen da ist nichts gekommen gar nichts keiner der hier irgendwie mal positionen abgeben wollte gewinne mitnehmen oder was auch immer scheint bei den institutionellen eher ein bisschen angst zu existieren dass sie hier noch performance bis jahresende verpassen können wahrscheinlich verkaufen sie deswegen aber es steht mir als charttechnische analyst nicht zu darüber zu philosophieren warum wieso weshalb etwas gefallen oder gestiegen ist denn das würde meinen blick auf den chart nur beeinflussen und das in der regel dann nicht zum vorteil und deswegen bleibt man mal beim chart und können hier sagen grundsätzlich pullback noch möglich muss er aber eigentlich instant nach unten wegdrehen also gleich am früh wieder runter unter 69 kriegt er das hin dann kann ich noch mal 49 29 knabbern kriegt das hin ist eine 860 erreichbar und dann aber auch wirklich richtung mittwoch mittag frühen nachmittag auch schon erreichbar also viel länger sollte da gar nicht rum wären dann können von dort noch mal schön reagieren das ist ja auch eine support zone haben wir gestern schon gesagt kurz noch mal aufdrehen und müsste dann von unten quasi 929 49 verteidigen gelingt das dann ist auch tieferes möglich richtung 700 200 taglinie 550 und so weiter und so fort ja aber muss das auch packen muss ich hier auch wirklich jetzt direkt nach unten trainer wenn er jetzt wenn der noch weiter nach oben auflegt sich wieder über 16.000 etablierten alte dann dann habe ich technisch keine basis um den markt nach unten zu reden weil dann auch der tag ist schaut wie der anfängt grüne kerzen zu schieben und ihr habt das die letzten tage im november gesehen dann kommt eine grüne tageskatze auch selten alleine ja im zweifel war das dann eine erste impulswelle nach oben also eine 1 quasi aus ellen sicht dann haben wir hier die die zweite aufwärts impulswelle gesehen und wird dann eine dritte impulswelle sehen und die würde sich vom ausmaß der größe entweder an der ersten oder an der dritten welle orientieren und selbst wenn sie sich jetzt ich sag mal nur an der ersten welle orientiert würde man jetzt quasi hier vom tief abwartet ich brauchen magneten würde man jetzt hier vom tief zum hoch antragen das dann von dem unteren tief ansetzen und dann hätten wir hier mindest bewegungs ziel bis 16.600 das kommt mal kurz auf sich sacken lassen ja also wenn wenn das jetzt wirklich der rücklauf gewesen sein soll schon na und er hier noch mal noch mal noch mal noch eine impulswelle weg schiebt dann war das hier das dann gab es hier die ein zwei roten kerzen hier hoch jetzt diese eine rote katze dann nur und dann die nächste wäre ein bisschen sportlich aber wäre jetzt aus technischer sicht gar nicht so möglich ich glaube das aber allerdings nicht denke schon auch saisonal betrachtet jetzt am anfang dezember rein eigentlich die letzten jahre immer wieder beobachten dürfen dass der markt da eher so ein bisschen taumelt ja vielleicht auch noch ein bisschen zurückkommt die leute viel von jahres endrelais erzählt der gut das sehe ich jetzt momentan eigentlich nicht und einfach runterklappt aber kann auch sein dass hier ewig viele leute auf short schief lagen setzen und dann noch ein bisschen ausgepeitscht werden müssen also es wird auch ziemlich ruhig zu überall wenn man so in die voren guckt und das ist meistens der fall wenn die leute auf schief lagen setzen wenn sie einfach nur warten bis sie wieder ins plus kommen damit sie wieder handeln können dann wird sie wieder aktiver dann schreiben sie wieder was sie machen aber solange sie im minu sitzen können sie nichts machen also kann sie auch nichts schreiben und das sieht man eigentlich sehr 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 oft in foren auch bei uns im chat ist das sehr sehr markant und von daher spreche auch nichts dagegen einfach oben durch zu knallen also ich bin wenn ihr grüne tages kerzen wieder kriegen hier jedenfalls jetzt erstmal vorsichtig mit short würde das nicht unbedingt würde nicht unbedingt shorten wollen jetzt ich hätte hier sehr gerne geschaltet aber dafür hat er mir wir haben auch unseren short gesperrt unsere elise hat so ein short signal gegeben mit der tages kerze davor hätte es an sich schön gepasst aber der hat ja schon von früh an nur rum gebockt er ist ja der hätte nur rum gedümpelt das ist nee das will ich dann auch nicht sehen also dann will ich tiefere tiefs tiefere hoch tiefere tiefs tiefere hoch sehen an sich kann das ein tieferes hoch werden aber dann brauche ich jetzt hier schmackung nach unten bringt der schmackung nach unten dann darf ich dann bin ich da bereit zu shorten aber dann will ich ihm wirklich von beginn an unter 15 69 der muss doch gleich viel runter kann ich erst großartig über der 16.000 rum zaubern sonst wird mir die grüne tages kerze zu gefährlich als dass sie uns hier noch nach oben was raus drückt und oben bleiben die ziele gleich ne oberhalb von 16 20 16 40 können wir wieder die 16 1 20 auspacken die 16 1 40 da die zone dann oben die gelbkante da 220 242 45 2 60 ja und dann geht es halt auch ganz schön hoch ne also bis was hat man da gerade 6 70 oder sowas 6 10 was 6 10 das werden die potenziale okay gut seid doch nicht schlau wie vorher aber könnt es vielleicht ein bisschen einordnen also wie gesagt wer da jetzt denkt ja was soll ich jetzt damit anfangen mit der analyse ich setze halt auch so da aber ich mache dann halt einfach nichts ich handel dann halt einfach nichts also dann wenn er da jetzt einfach weiter zur seite rum eiert dann dann das klemme ich mir einfach da da gehe ich noch nicht lang oder short weil es aus meiner analyse nicht eindeutig so hinausgeht wenn er dann schön über 16 20 16 40 handelt ja dann kann man das wieder probieren oder wenn er wirklich von beginn an das so wie beschrieben nach unten raus klackert dann wird ich vielleicht auch schorten aber wenn er jetzt einfach so abhängt und so rumlungert oh ne das gebe ich mir nicht dann mache ich nichts und wer das aus der analyse raus verstanden hat der hat zumindest schon mal alles richtig verstanden gut Freunde ich mache hier zu wünsche euch Spaß wir sehen uns morgen wieder bis dahin tschüss ja